Hallo Leute und Herzlich Willkommen zu diesem Video, mein Name ist Kero und ich begrüße euch herzlich auf meinem Channel. In diesem Video wird es nicht nur um Bitcoin gehen, sondern ebenfalls um Shiba Inu, um Ethereum, aber auch um Solana. Ich würde euch vorschlagen, dass ihr dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut, denn in diesem Video werde ich ganz genau und detailliert auf all die Fragestellungen eingehen, die jetzt in diesem Moment beantwortet werden müssen. Wann können wir den nächsten Trade setzen oder wenn wir gerade einen Trade schon am Laufen haben? Wie sollten wir uns weiterhin verhalten? Auf all diese Fragestellungen werde ich in diesem Video ganz genau und detailliert eingehen. Außerdem habt ihr ebenfalls in diesem Video die Möglichkeit, Bitcoins im Wert von 50 Dollar zu gewinnen. Das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist eure Bitcoin Adresse unten in die Kommentare reinzuschreiben und diesen Channel zu abonnieren. Vielen Dank Leute und wir starten nun direkt mit unserem Bitcoin 1 Stunden Chart. In unserem Bitcoin 1 Stunden Chart haben wir genau jetzt in diesem Moment eine extrem spannende Entwicklung, die uns potenziell einen Hinweis darauf geben könnte, wohin wir in den nächsten Stunden mit dem Bitcoin Preis gehen werden. Leute, jetzt gerade in diesem Bereich entwickelt sich erneut ein Ascending Channel. Ein Ascending Channel ist ja insofern wichtig, als dass es uns eine Auskunft darüber geben könnte, worauf wir uns in den nächsten Stunden vorbereiten sollten. Außerdem, je nachdem, ob es nach oben geht oder nach unten ausbricht, können wir dann sagen, dass wir uns zumindest auf Short-Term-Ebene in einem bullischen oder in einem bärischen Szenario aufhalten. Falls wir hier in diesem Bereich unter diese Support-Linie rutschen, würde es bedeuten, dass wir diesen aktuellen Up-Trend hinter uns gelassen hätten und nun bärisch weitermachen. Aber wenn wir hier diese schwarze Widerstandslinie nach oben hindurch brechen können, würde dies bedeuten, dass wir bullish fortfahren werden. Falls wir einen Ausbruch nach oben oder nach unten erleben sollten, werde ich euch natürlich up-to-date halten über meine verschiedenen Social-Media Channels. Nun Leute, gehen wir einmal rüber zu unserem Bitcoin 4 Stunden Chart. Hier können wir erkennen, dass wir es geschafft haben, mit jeder 4 Stunden Kerze nach meinem gestrigen Video hier oberhalb von dieser roten Linie zu bleiben. Erst einmal ein ziemlich positives Signal für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Denn wir sind ja hier, wie ich es bereits einige Male nun erklärt hatte, aus diesem Ascending Channel, welches in der Tat ein bullisches Pattern ist, nach oben ausgebrochen, haben hier exakt, so wie ich es vorausgesagt hatte, dieses Preisziel erreicht und danach sind wir erneut mit dem Bitcoin-Preis nach unten gegangen. Dass wir es jetzt weiterhin schaffen und oberhalb von dieser roten Linie bleiben, ist wie gesagt ein ziemlich positives Signal für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Je nachdem, ob wir hier aus diesem Pattern im 1 Stunden Chart dann nach oben oder nach unten ausbrechen, werden wir dann ebenfalls in unserem Bitcoin 4 Stunden Chart weitere Informationen entnehmen können. Die Frage weiterhin in unserem Bitcoin 1 Stunden Chart ist, ob wir hier exakt das gleiche Szenario noch einmal erleben werden und danach nach unten ausbrechen oder ob wir es nun schaffen können und hier aus diesem Pattern dieses Mal nach oben ausbrechen. Aber Leute, nach wie vor unser wichtigstes Pattern befindet sich hier in unserem Bitcoin 1 Tages Chart und zwar haben wir hier eine sehr, sehr lange Zeit diesen Abtrend Channel verfolgt und haben es dann letztendlich geschafft, aus diesem Abtrend Channel nach oben ausgebrochen. Das heißt, der bullische Abtrend in diesem Bereich wurde dadurch noch etwas mehr gestärkt und wir haben es wie gesagt geschafft und sind hier über diese Linie ausgebrochen. Extrem bullisch finde ich es hier, dass wir seit dem Ausbruch über diese Linie nicht ein einziges Mal eine Tageskerze unterhalb von dieser Widerstandslinie, die ja zuvor die Widerstandslinie von diesem Abtrend Channel gewesen ist, geschlossen haben. Ganz im Gegenteil, wir haben diese Widerstandslinie, was ja nun, eines Support-Linies schon einige Male angetestet, nachdem wir ja über diese Linie ausgebrochen sind. Auch hier in diesem Bereich können wir erkennen, dass wir diese Linie noch vor einigen Tagen erneut angetestet haben, dieser Retest wieder einmal erfolgreich war und nun können wir theoretisch davon ausgehen, dass wir mit dem Bitcoin Preis weiter nach oben gehen werden. Falls wir es schaffen und weiter nach oben gehen, möchte ich euch natürlich auch nochmal das wichtige Preisziel hier in unserem Bitcoin 1 Tages Chart anzeigen. Dazu möchte ich gerne einmal unseren CPI Indikator verwenden und zwar laut diesem CPI Indikator liegt unser erstes Preisziel, aber auch unser erster Widerstand hier bei in etwa 71.000 Dollar. Meiner Meinung nach nach wie vor ein Preisziel, welches realistisch ist. Aber wir haben in unserem Tageschart nicht nur dieses Preisziel aus diesem CPI Indikator, sondern ebenfalls nach wie vor dieses Preisziel aus der Bull Flag hier in diesem Bereich. Dieses Preisziel liegt nämlich bei in etwa 84.000 Dollar nach wie vor. Und Leute, bevor wir zu den Altcoins rüber gehen und danach die Auslosung zu meinem letzten Video machen, noch ein kleines Update zu meinem aktuell noch laufenden Bitcoin Trade. Ich befinde mich jetzt aktuell mit in etwa 619.000 Dollar im Profit. Ausgedrückt im Bitcoin entspricht das ungefähr 9,6179 Bitcoin. Aus diesem Trade hatte ich ja bereits Profite in Höhe von 2,66 Bitcoin herausgenommen. Und noch ein Update zu meinem Chainlink Trade. Leute, mit meinem Chainlink Trade befinde ich mich jetzt aktuell mit in etwa 41.200 Dollar im Profit. Beide Trades werde ich weiterhin offen lassen. Werde euch natürlich darüber updaten, falls ich irgendwelche Veränderungen an diesen Trades vornehmen sollte. Und nun Leute, gehen wir einmal rüber in unser Shiba Inu Chart. In unserem Shiba Inu Chart haben wir nach wie vor keine allzu signifikante Entwicklung. Denn Shiba Inu befindet sich nach wie vor in diesem Symmetrical Triangle. Wir sind aus einem Downtrend heraus in dieses Continuation Pattern reingegangen. Somit ist es technisch wahrscheinlicher, dass wir dann letztendlich dieses Symmetrical Triangle nach unten hin verlassen werden. Und Leute, in unserem Solana Chart entwickelt sich nun ein Falling Wedge. Ein Falling Wedge ist in der Tat ein bullisches Pattern. Wir sind sogar kurzfristig einmal über diese Widerstandslinie drüber gekommen. Allerdings war das Ganze nur ein Fake Out und wir sind erneut in dieses Falling Wedge reingegangen. Nach wie vor ist die Chance nach oben auszubrechen etwas wahrscheinlicher, als das Risiko nach unten auszubrechen. Wenn wir es schaffen sollten und hier aus diesem Pattern nach oben ausbrechen sollten, wäre unser Preisziel bei in etwa 260 Dollar. Auch darüber werde ich euch natürlich weiterhin up to date halten Leute. Und nun gehen wir einmal rüber zu unserem ETH Chart. Mit ETH befinden wir uns nach wie vor wie in unserem Bitcoin 1 Stunden Chart in einem Ascending Channel. Auch hier haben wir nach wie vor noch keinen Ausbruch weder nach oben noch nach unten erlebt. Falls diese 4 Stunden Kerze oberhalb von dieser Support Linie abschließen sollte, könnte ich mir vorstellen, dass dies ein guter Zeitpunkt sein könnte, um einen neuen ETH Long Trade zu setzen. Und nun Leute, wollen wir einmal den Gewinner aus meinem letzten Video auslosen. Ich habe hier bereits den Link vom letzten Video reingetan. Und wenn wir nun einmal runter gehen und auf Start klicken, können wir dann erkennen, wer die Bitcoins im Wert von 50 Dollar gewonnen hat. Glückwunsch Michi, du bist der Gewinner aus meinem letzten Video. Ich werde die Satoshis im Wert von 50 Dollar so bald wie möglich zukommen lassen. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Auch in diesem Video habt ihr erneut die Möglichkeit Bitcoin im Wert von 50 Dollar zu gewinnen. Denn das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist eure Bitcoin Adresse unten in die Kommentare reinzuschreiben und meinen Channel zu abonnieren. Vielen Dank Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. Denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau danach haltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin Chart passiert. Und außerdem könnt ihr euch immer sicher sein, dass ihr stets von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye Bye.